Herzlich Willkommen auf Masus Clash Channel. Heute gibt es das zweite Sneak Peek zum neuen Rathaus Level 11 Helden und darin geht es darum, wie sich der große Wächter denn in der Verteidigung verhalten wird. Und ihr seht schon, das Sneak Peek spricht schon Bände, denn darauf ist eine steinende Statue abgebildet und das einzige, was an ihr noch von Leben zeugt, ist der leuchtende Stein, der auf dem Stab obendrauf thront. Und ja, der neue Held wird sich in der Verteidigung in eine steinerne Statue verwandeln. Die steinerne Statue hat genauso wie der Held im Angriffsmodus einen Ring um sich herum, der praktisch die Reichweite von seiner Fähigkeit anzeigt. Und seine Fähigkeit ist auch wie beim Angriff, dass er allen Truppen innerhalb dieses Bereiches einen Lebenspunkteboost verschafft, aber natürlich nur den eigenen befreundeten Truppen. Das wären zum Beispiel die ganzen Truppen aus der Klanburg. König und Königin, aber auch zum Beispiel die Skelettfallen, die sich innerhalb von diesem Radius befinden. Selber in den Kampf aktiv eingreifen wie König und Königin wird die Statue durch Blitze, die aus dem Zauberstab auf die gegnerischen Truppen abgefeuert werden. Aber diese sind natürlich nicht so stark wie König und Königin, da der große Wächter ja deutlich weniger Angriffspunkte verfügt. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie das dann in Game aussehen wird. Ihr seht hier in der Mitte direkt neben dem Rathaus steht die Statue mit ihrem schon erhobenen Zepter mit dem leuchtenden Stein oben drauf. Und ihr seht auch die Reichweite, die sich in einem Kreis um ihn herum praktisch befindet. Und König und Königin werden jetzt innerhalb dieser Reichweite einen Lebenspunkteboost bekommen, genauso wie auch die Klamburg-Truppen. Von oben sieht man auch den gegnerischen Helden, wie er da anfliegt und seinen eigenen Drachen einen Lebenspunkteboost verschafft. Heißt, die zwei Helden werden sich da so ein bisschen gegenseitig ausspielen mit ihren Fertigkeiten. Das finde ich ist ein sehr, sehr interessantes Schema und ich glaube, dass das vor allem die Angriffe auf Rathaus Level 11 deutlich komplexer machen wird, da man selber praktisch schauen muss, wo man seinen Helden platziert, damit da alle Truppen wirklich innerhalb von diesem Heilbereich drin sind, innerhalb von diesem Bereich, wo sie mehr Lebenspunkte bekommen und auch im Angriffsmodus dann schauen muss, ob man nicht vielleicht die Truppen aus diesem Bereich herauslocken kann. Zum Beispiel König und Königin, dass sie dann da rausspringen und eben nicht mehr Lebenspunkte haben. Wenn wir uns den verteidigenden Held jetzt noch einmal im Detail anschauen, dann sehen wir, dass er hier von einem Golem angegriffen wird. Heißt, er zählt als Verteidigung und wird demnach von Golems, von Riesen oder auch von Schweinen angegriffen. Das könnte sich natürlich als entscheidender Faktor herausstellen und man könnte den Helden gezielt mit Schweinen zum Beispiel angreifen und ausschalten. Auf dem letzten Bild zum neuen Helden, das ich euch noch zeige, sieht man jetzt den verteidigenden Held als Statue und den angreifenden Held auf einem Fleck. Man sieht hier gut die beiden Fähigkeitskreise der Helden. Die Fähigkeit vom verteidigenden Held wird hier natürlich nicht genutzt, da keine verteidigende Truppe in der Nähe ist, aber der Golem, der gerade angreift, bekommt einen Lebenspunkteboost von dem angreifenden Helden natürlich. Der angreifende Held unterstützt dann seinen Golem und greift von weiter hinten an, während der verteidigende Held auf den Golem schießt. Als Forum-exklusives Sneak Peek wurde heute noch angekündigt, dass der maximale Kriegsloot von Rathaus Level 11 bei 660.000 Gold bzw. 660.000 Elixier und 3.600 dunkles Elixier liegt, wobei darauf die Clan Boni noch nicht angewendet sind. Das war's schon wieder mit dem heutigen Sneak Peek, aber es ist noch nicht vorbei, denn wir wissen ja von letzter Woche noch, dass eigentlich noch ein paar kriegsbezügliche Sneak Peeks kommen sollten und außerdem fehlt auch noch ein Sneak Peek zur neuen Verteidigung, die übrigens jetzt auch wirklich offiziell Eagle Artillery, also Adler Artillerie heißt. Es freut mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und ich sehe euch morgen wieder mit einem neuen Sneak Peek hier auf Massus Clash Channel.